Vor dir, Emily, vor dir! Du schaffst das. Äh, 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 äh. Du hast mir sprechen deiner Mutter, die dich gezeugt hat. Ich bin auch sehr stolz auf deine Mutter. Hit. In your face, bitch! Bleib standhaft, okay? Denk an deine Familie. Maggie is whack-determinated. Ja, Maggie. Uwe! A hit. Nice. Du bist raus! Oh! Alles okay. Du bist raus, bro. S***! Bum, bum! Hä, bin ich raus? Bin ich raus? Ach so, okay. Ich bin auch drin! Ja, gut. Ja, okay zu winnen, ne? Seine Waffe ist dafür extrem gut. Nee, vielleicht drin war ein Abfaller, Jossi. Hallo, da! Hab ihn? In your face, bitch! Klassiker! Ja, ja, die Waffe kommt gut! Ich weiß, er macht mal den Rücken. Ja, falls Maggie kommt, pass auf! Ähm, du hast mich doch hier an der Waffe getroffen. Und er so, tschau, Daniel, ne? Ich hab drin geblieben. Ich geh so da und geh so zurück. Rempe gegen David, zieh vorhin die Kugel abbrennt. Und er sagt, du dummer, toller Mensch. Und er lebe nicht raus. Dann hörst du so, du bist raus, Daniel! Und ich so, ganz ruhig, nicht zack. Er hat sich der Mann zu sagen. Nicht dein Ernst, Batman. Helga, darf er das? Nein. Take reload! Hit! Alter, was ist denn? Warum immer ich? Äh, du bist so nutzlos. Immer auf die Jungfrau. Alter! Wo sind dann die Leute? Halt! Hast du ihn? Ja, ich hab ihn! Hattest du mich? Herr Linder? Alter, echt jetzt? Wo denn? 3.0 oder was? Nein, das hab ich gar nicht hinbekommen. Aber David stand da so, okay. Ist er nicht süß, wie er darstellt und glaubt, er hat wirklich getroffen? Deine Mama liebt mich auch. Spielende! Nein, Blau ist oben! Fuck! Weil du dumm bist. Du geiler Typ, Alter. Komm, häufiger. Ich vermisse dich gar nicht. Easy. Ja, siehst du, Alter. Keine Chance, glaub ich, ich hab zu knallen. Ja, hab ich die ganze Zeit schon gesehen, du Lappen. Hä? Aber ohne. Oh, ohne. Ja, David, gute Frage. Hä? Ich vermisse dich gar nicht. B***! Oh, shit, sorry. Oh, du Schwach! Sorry, ich dachte, du wärst rot. Geil. Sorry, Mann. Tu mir leid. Genau, nicht mehr. Tu mir leid, tu mir leid. Ah, ja! Soll ich nicht kompulsieren? Oh, was war das? Alles okay? Ich spür, ich hab einen Todesschmerzen im Arm. Ja, du hast genau einen Nerv getroffen. Nerv, Nerv, Nerv. Fuck, 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 es geht gar nichts mehr. Tut mir leid, ich dachte, du wärst ein Gegner. Alles war rot. Und jetzt wieder ein schönes Beispiel, dass wir immer drauf verlassen haben, dass Maggie genau zuhört, wenn es um Spielmodus geht. Nerv, 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 Nerv. Hallo, was macht ihr da? Die Barren noch nicht rein, wenn die Bombe hochgegangen ist. Echt? Ja, ihr müsst den Safe da sprengen. Was legt ihr die Bombe? Ich sag das nicht. Hier, Barren wieder raus. Barren raus. Barren wieder raus. Barren raus. Erst wenn die Bombe hochging. Das macht doch gar keinen Sinn, die Barren reinzumachen, Alter. Du bist doch ein Offenbar, Junge. Du bist ja nicht der Beste. 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 Also wenn die Bombe hochgegangen ist, dann macht die Barren nach. Okay? Okay. Ich glaube, vielleicht stirbt einer. Mr. Zylinder, what's going on? Ich muss sagen, diese Gewalt in dieser Einrichtung. Das musst du machen. Ist so ein Grunde. Lass uns fortschreiten. Und? Und? Was hast du denn eigentlich für ein Problem mit mir? Was passiert? Da kommt einer, da kommt einer. Ja, da müssen alle Daufe umschalten. Das ist ein Zeichen. Ach so. Genau. Das ist ein Zeichen.